Das Event wie heute ist einzigartig, einmalig und ganz großartig. Also ich bin nicht politisch, ich gehöre keine Partei an. Ich bin nicht links, rechts, oben, unten. Aber was die AfD heute und morgen organisiert haben, ist für mich beeindruckend und bewundernswert. Und ich bin der AfD dankbar. Was Sie heute an großen Persönlichkeiten erlebt haben, sucht weltweit seinesgleichen. Gibt's nicht. Ich bin stolz, angefangen mit Stefan Homburg, der eine Rede gehalten hat, die geht in die Geschichtstüche ein. So großartig quasi. Und die anderen auch natürlich. So großartig.